Moin liebe Community, mein Name ist Dr. Jordis Grimm und ich bin bei Electric Brands unter anderem verantwortlich für Geschäftsplanung und öffentliche Förderung. Und ich will mir heute mit euch zusammen das Thema Leichtfahrzeuge mal ein bisschen genauer angucken. Was sind eigentlich Leichtfahrzeuge? Ivetta und X-Bus sind Leichtfahrzeuge, in dem Sinne keine klassischen Automobile. Und was da eigentlich Unterschiede sind, da gehen wir jetzt zusammen genauer rein. Die Leichtfahrzeugklasse hat mit Leichtfahrzeugen zu tun. Und Leichtfahrzeuge sind motorisierte Fahrzeuge, die leichter sind als klassische Automobile, wie wir sie kennen. Leichtfahrzeuge nehmen weniger Platz weg im fahrenden und im ruhenden Verkehr. Und sie verbrauchen über ihren Lebenszyklus weniger Material, stoßen weniger CO2 aus und verbrauchen weniger Energie. Die Bedingungen, wann ein Leichtfahrzeug ein Leichtfahrzeug ist, basieren auf einer EU-Verordnung aus dem Jahr 2013. Und für Europa sind die Leichtfahrzeuge eben der Leichtfahrzeugklasse zugeordnet, die da heißt Klasse L. Die Fahrzeugklasse L ist nochmal in sieben Unterklassen gegliedert. Zu diesen Unterklassen gehören zweirädrige, dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge. Davon sind ein paar zulassungsfrei und man benötigt lediglich ein Versicherungskennzeichen, während für andere ein Kfz-Kennzeichen erforderlich ist. Das kleinste Fahrzeug in der L-Klasse ist ein Zweirad mit maximal 45 kmh Höchstgeschwindigkeit. Also zum Beispiel ein kleiner Roller. Diese Unterklasse hat die Bezeichnung L1E. Das E steht in diesem Fall aber nicht für Elektro. Die Leichtfahrzeugklasse und auch alle Unterklassen beinhalten sowohl Verbrenner als auch Elektrofahrzeuge. Wenn es ein dreirädriges Fahrzeug mit maximal 45 kmh ist, dann gehört es in die Klasse L2E. Zweirädrige Krafträder mit mehr Leistung und Höchstgeschwindigkeit fallen in die Klasse L3E. L4E sind die Motorräder mit Beiwagen und L5E die dreirädrigen Fahrzeuge mit mehr als 45 kmh Höchstgeschwindigkeit. Zum Beispiel ein Traik. Die Klasse L6E und L7E sind für die vierrädrigen Leichtfahrzeuge bestimmt. L6E ist wiederum auf 45 kmh beschränkt und für uns als Electric Brands ist insbesondere die Klasse L7E interessant. Hier handelt es sich um schwere, also in der Leichtfahrzeugklasse schwer, vierrädrige Fahrzeuge. In der Unterklasse L7E wird nochmal unterteilt in Fahrzeuge, bei denen die Personenbeförderung im Vordergrund steht, also wie zum Beispiel unsere Vetterprima. Und auf der anderen Seite Fahrzeuge, wo die Güterbeförderung im Vordergrund steht, wie zum Beispiel bei unserem X-Bus. Erstere, also die mit den Personen, sind beschränkt auf 450 kg Leergewicht und letztere, die mit den Gütern, auf 600 kg Leergewicht. Und die Batterien zählen dabei nicht dazu. Ein weiteres Kriterium, das Fahrzeuge in dieser Klasse erfüllen müssen, ist eine Beschränkung auf 15 kW Leistung. Allerdings ist hier die Nenndauerleistung gemeint. Die Peakleistung kann höher ausfallen. Wie ich am Anfang gesagt habe, sind beides Leichtfahrzeuge und wir haben die Bedingungen für diese Klasse als Leitplanken benutzt in unserem Entwicklungsprozess. Wir bei Electric Brands sind von den Vorteilen der Leichtfahrzeugklasse vollkommen überzeugt. Aus meiner Sicht ist die Zeit für immer größere und schnellere und schwerere Autos abgelaufen. Und das gilt auch bei Elektrofahrzeugen. Denn auch wenn während der Fahrt bei Elektrofahrzeugen keine Emissionen anfallen, die Ressourcen, das Material, die zu bauen, muss man ja dennoch aufwenden. Und die Bedingungen, die die Leichtfahrzeugklasse hat bei Leistung und bei Gewicht, führt dazu, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich unsere Mobilitätsbedürfnisse zu decken und unsere Ansprüche an ein Fahrzeug als Designobjekt. Aus Sicht von Electric Brands ist das Segment der elektrischen Leichtfahrzeuge perfekt geeignet, eine nachhaltige und bezahlbare Mobilität zu bieten. Besonders im städtischen Raum. Was macht Leichtfahrzeuge nachhaltiger? Aus meiner Sicht sind für eine Mobilitätswende drei Ansätze wichtig. Erstens, die komplette Vermeidung eines Anteils des motorisierten Verkehrs. Zweitens, einen Umstieg auf kollektive Formen der Mobilität. Und drittens, die Verbesserung der Fahrzeuge selbst. Und zu diesem dritten Punkt können Leichtfahrzeuge einen ganz entscheidenden Beitrag liefern. Mit Leichtfahrzeugen kann der individualisierte Verkehr, den wir die nächsten Jahre noch haben werden und für manche Anwendung auch immer haben werden, klimafreundlicher werden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein großes Forschungsinstitut, kommt in einer wissenschaftlichen Studie zu dem Schluss, dass 75 Prozent der Fahrten im Pkw sowie 50 Prozent der gefahrenen Pkw-Kilometer in Deutschland mit einem elektrischen Leichtfahrzeug durchgeführt werden könnten. Wisst ihr, in Deutschland werden 75 Prozent aller Personenkilometer mit dem Auto gemacht. 80 Prozent der Wege sind kürzer als 20 Kilometer und 98 Prozent der Wege sind kürzer als 100 Kilometer. Und dafür setzt sich jedes Mal ein bis zwei Tonnen in Bewegung. Wenn man das genau betrachtet, schon ein bisschen verrückt. Das Design von Leichtfahrzeugen spart aber nicht nur Material für das Fahrzeug selbst ein. Der Einfluss geht weit darüber hinaus. Denn ein großes Elektrofahrzeug, manchmal liest man auch BEV, Battery Electric Vehicle, so ein Elektrofahrzeug in der Größe eines heute üblichen Pkw's fährt permanent fast eine halbe Tonne Batterie mit sich rum. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und das geht natürlich auch in den Energieverbrauch. Und selbst wenn wir uns vorstellen, die Energie für ein solches Elektrofahrzeug wird aus erneuerbaren Energien generiert, auch die Infrastruktur dafür muss ja hergestellt werden. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von dieser Studie, die ich eben erwähnt habe, des DLR, kommen zu dem Schluss, dass ein Leichtfahrzeug der Klasse L7e, wie wir vorhin gelernt haben, also die Klasse, zu der auch Ivetta und X-Bus gehören, nur 30 bis 80 Prozent eines klassischen Elektrofahrzeugs verbraucht. Und das hieße, wir müssten statt zwei Windrädern nur eins bauen. Als reine Elektrofahrzeuge sind Ivetta und X-Bus, wie andere Elektrofahrzeuge auch, in Deutschland bis 2030 von der Kfz-Steuer befreit. Bei einer Erstanmeldung vor Ende des Jahres 2025. Ebenso kann jede Person, die eine Ivetta oder einen X-Bus erwirbt, von der THG-Quote profitieren. Diese sogenannte Treibhausgasminderungsquote verpflichtet bestimmte Unternehmen, zum Beispiel Mineralölkonzerne, ihren CO2-Ausstoß zu mindern. Und darauf basiert dieser Quotenhandel. Denn anstatt selbst zu reduzieren, können diese Unternehmen ihre Verpflichtung auch abtreten an andere Personen oder Unternehmen, die quasi für sie CO2-Ausstoß mindern. Und zu dieser Gruppe gehören auch die Besitzer und Besitzerinnen von Elektrofahrzeugen. Als Einzelperson kann man aber eben schlecht, zum Beispiel mit Shell, aushandeln, was sie denn bereit wären zu zahlen, wenn ich jetzt mit einem Elektrofahrzeug den CO2-Ausstoß mindere. Also haben wir hier einen kompetenten Partner gesucht, nämlich die Green Air. Und unsere Kunden und Kundinnen können so gute Konditionen bekommen, in diesen THG-Quotenhandel einzusteigen, über unseren Kooperationspartner. Und somit kann jede X-Bus-Besitzerin und jeder I-Wetter-Fahrer mit einigen hundert Euro rechnen. Und zwar jedes Jahr. Eine Förderung beim Neukauf ist in Deutschland in verschiedenen Bundesländern und Kommunen möglich. Beispielsweise unterstützt das Land Baden-Württemberg mit 1.000 Euro. In Nordrhein-Westfalen können Kommunen für die Anschaffung von elektrischen Leichtfahrzeugen und Ladeinfrastruktur bis zu 500.000 Euro Förderung erhalten. Und gerade der X-Bus mit seiner vielfältigen Einsatzfähigkeit ist sehr interessant für die kostengünstige Elektrifizierung von Flotten für den gewerblichen Bereich. Die Stadt München wiederum fördert die Anschaffung eines vierredrigen Elektrofahrzeugs der Klasse L7E. Ihr wisst jetzt alle, was das heißt. I-Wetter und X-Bus mit bis zu 3.000 Euro. Die sogenannte Umweltprämie gilt bisher in Deutschland leider nicht für Leichtfahrzeuge. Obwohl diese deutlich mehr für die Umwelt tut als Elektrofahrzeuge der traditionellen Klassen. Wir hoffen, dass sich das bis zum Marktstart unserer Fahrzeuge noch verändern wird. Der Bundesverband für Elektromobilität und auch andere Verbände sind in engem Austausch mit den politischen Verantwortlichen, um dieses Versäumnis zu korrigieren. Österreich ist da deutlich weiter. Unsere südlichen Nachbarn fördern die Anschaffung von L7E-Fahrzeugen für Privatpersonen pauschal mit 1.300 Euro. Auch in Italien gibt es den sogenannten Öko-Bonus, den man beim Erwerb eines Leichtfahrzeugs erhalten kann. Und zwar in Höhe von bis zu 3.000 Euro. Wer hier zu anderen bestimmten Ländern spezifische Fragen hat, wendet euch gerne an uns. Unsere Sales-Agenten sind an allen Regionen ganz nah dran, sodass wir spezifische Fragen gerne beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Leichtfahrzeuge und Leichtfahrzeugklasse näher bringen. Wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, Anregungen, eigene Informationen, dann schreibt uns. Ich freue mich auf eure Kommentare, Briefe, E-Mails, was auch immer. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.